Warte mal, ich wollte sie kurz ner Waffe, ne? Ich hab mich halt in der Kiekert gefunden, lass doch nen Bunker fliegen, oder? Irgendwieder dazu, Patschi? Verbesserte Drohne liegt hier. Nice, die können wir gleich mal abgeben. Hier liegt noch ne Tasche für dich. Äh, Digger? Ach so. Da ist einer direkt bei uns, ne? Hast du die Tasche genommen, die liegt? Äh, die beste meine ich. Du hast schon eine. Ja, ich hab noch eine. Dann... Der hat ein Heli und dann fick mich den. Ja. Ich frag mir, das ist der Kiekert, der Kiekert, der Witzer. Ach, Mann. Sag mal bitte... Boah. Irgendwo hat grad einer auf mich geschossen. Ach, der Hammern doch. Ach, natürlich. Äh, ich hab sein Teammate gefickt. Aber du hast ja die ersten gekillt. Ja, ich zeig's dir wo. Äh, blauer Pink. Blauer Marker. Hier, ich flieg nochmal zu dem Shop hier hinten und kaufe mal ne Drohne, glaub ich. Ja. Ähm. 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 Mach schnell zu. Komm. Ähm. Warte mal. Ich kaufe nochmal schnell ne Drohne hier unten. Ich hab mal dein ganzes Geld dann noch was geschehen, da komm ich mir jetzt helfen. Der ist gelegt. So, ich hab dir die Drohne. Hast du? Ja. Wo ist da unten einer? Ja, wo einer. Der ist eh dead. Ah. Da ist noch der Zon, der läuft da. Ja. Ja, der ist dead. Der hat das nicht. Schieß nach uns, Alex. Äh. Wir sollten uns auch schuldig zum neuen Heli besorgen. Ja, der ist gestorben. Geht ja mal. Oder flieg. Hast du Flays aktiviert? Warum bist du raus? Ich hab mich richtig erschrocken. Scheiße. Perfekt. Entschuldig. Auf was sind hier fahren welche? Keine runter haben wir den Fallschirm. Da dann mit dem Fallschirm kannst du snaken. Sonst sei es jetzt eingelaufen, die hat nichts. Das sind die Idee. Die Munitionskiste kannst du gleich placen. Die Zone kommt. Äh. Wir müssen weg. Okay, fuck. Das war natürlich unschlau. Fehler, wir haben noch so viel zu laufen. Ja, die Zone ist ja richtig schnell. Ich schaff's nicht mehr. Ich denk selbst ich schaff das nicht. Hey Digga, was ist denn das für ne Zone? Ja, gut. Wir sind beide dead. Ich hab zwar noch Gulag, aber das bringt mir jetzt auch nicht viel. Ja, ich bin tot. Eindeutig. Da bin ich ja so richtig mega behindert. Die erste Zone ist so schnell, Digga. Das ist die zweite, glaub ich, oder? Die erste. So, Zippert. Jetzt guck mal zu, wie ich sie ficke. Ach so. So, direkt am Rand, weißt du. Aber wirklich, direkt an der Zone am Rand. Ja, ja, einfach überhaupt gar nichts, ne? Also keinen einzigen Schuss, aber hauptsache der Lodo, der ist da ganz irgendwo am anderen Ende. Ja, genau. Kann ich mir die überhaupt holen? Digga, das ist ein Witz, gell? Das ist ein Witz! Das ist ein Skandal, Alter! Das war ein Witz. Ey, du hast es geschafft. Ja, das ist doch voll der Welt, Alter. Wir haben ja richtig gefilmt, glaub ich. Wir haben wirklich Geld. Ja, hast du keine Rüstung? Ne. Äh, komm mal her, zu mir, den Busch. Oh mein Gott. Kann man durch meinen, den Busch der größte. Oh, nee auch. Ja, mir gefällt die Muni-Situation. Ja, mir gefällt aber unsere Muni-Situation nicht. Alle anderen haben da jetzt noch 200, oder? Wir haben 120 Schuss und können voll auf uns wettern und du hast auf einmal keinen Schuss mehr. Jetzt mal direkt in die Zone laufen. Ja, wir müssen auf jeden Fall, äh wir sind hier dann sogar mit dem Shop in der Zone. Also wenn wir den haben... 1100 Bücher kostet noch ne Munikiste, die ist doch arschteuer, gell? Wo vom Shop, vom Shop Richtung. Ja. Der hat grad voll einen auf dem Sack von mir bekommen. Ab den einen, geht da nichts rein! Das ist ein Sniper, ja. Ab ihn! Wander, Legende. Wann der oben irgendwo? Ja. Hier. Der war aber auch richtig mad. Hat der Muni gehabt? Ja, 250, ich kann dir ein bisschen was geben. Ne, ne, ne. Lass, lass du, nur 200 Schuss, das ist super. Hier 200, äh, eher 150, äh, MP. Also wir werden eh noch mehrere bekommen, also sei jetzt richtig hier auf dem Hut, Digga. Wir sind, glaub ich, der letzte Shop. Vorletzte, okay. Hier kam ein Sniper rein. Aber außerhalb der Zone. Ja, da. Scheiße, wir haben auch keine Gasmaske. Ja. Ja. War da direkt da oder wo waren so ein Teammate dann? Ich selber direkt tot. Aber da hinten am Arsch der Welt. Digga, wir haben so gelitten! Ach so. Wo ist der nochmal gestorben? Da ist er auch. Alter, der, das ist so viel. Komm bitte zurück, ne, scheiß drauf. Aber er hat so viel Loot. Ne, scheiß drauf, ich riskiere das. Ach, ich hab ne Muni-Kiste, hat sich gelohnt. Komm zu mir, wollen wir in dieses Haus schnell rein rein? Ja, müssen wir. Oder chill mal noch kurz. Komm zu mir rein, ich bin jetzt hier drinnen. Ne, 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 chill, chill, chill. Nicht, dass jetzt jemand noch von außen rotiert. Er weiß, wie viele Leute uns gar zugeguckt haben, dass wir den da gekillt haben. Ja, warum kommst du da nicht einfach zu mir, damit wir uns erstmal resetten können? Im Haus ist scheiße auf Leute zu schießen, weißt du? Ich will mich da erstmal nur vier vercampen und resetten erstmal. Ja, ja, aber es kommen ja hier welche von hinten, weißt du? Wenn die dich dann im Haus pushen, bist du gefickt. Serious, gleich so weit, dann komm ich zu dir rein, du kannst da bleiben. Du siehst nicht nach hinten, du hast nur dieses eine Fenster hier. Ich hab drei Fenster. Ich hab alle Fenster außer die Seite zu dir halt, leider. Okay, warum haben wir am Shop nicht noch grad ne Gasmaske gekauft? Weil du das Geld erst grad eben aufgehoben hast. Ja, dann hätten wir noch genug Zeit gehabt. Scheiße. In meinem Bett. Okay. Ohne die Kiste? Hältst du davon? Oder noch nicht? Ja, noch nicht. Ich hab immer noch 200 Schuss und 250. Okay, dann lohnt sich's noch gar nicht. Hast du ein bisschen Rüstung aufgehoben? Wie viel hast du? Null. Achso, Digga, sag doch was. Oh, jetzt hat jeder eine Rüstung. Da hinten guckt ein Sniper. Was ist hier da auf Berghoch über der Seite? Warte mal, den geben wir kurz nen Headshot. Ja, schieß auf mich. Unser Stein ist da so am Campen. Komplett, lass's move'n. Die Zone kommt 10 Sekunden. Scheiße, warte mal. Hier, hier, komm mal her. Ja. Kein Pincom Sensor. Ja. Kein Pincom Sensor immer noch. Ja. Wir machen jetzt aber auf jeden Fall eins. Wir verstecken uns hier hin und wir gucken nach hinten, nicht nach vorne. Wer weiß, ob die nicht kleine Hurenseine sind und jetzt, äh, uns von hinten pushen wollen. Guck mal, der macht nur noch einen Luftjuck hier vorhin voran. Ja, die mit dem Heli, die sind auf jeden Fall extrem dumm. Wir können nur so nen Late Game, äh, verschenken. Das ist total, Digga, jeder guckt dich an. Du bist auf der scheiß ganzen Map markiert, Digga. Ich schieß aber nicht auf die. So ein Heli geht wirklich schnell down. Äh, Dings. Die im Heli noch die Sniper leben, ha? Ja. Ja. Guck mal, Heli ist schon kaputt. Scheiße, ich hab das Perk nicht drin. Hab einen gekillt. Ich muss den looten. Zurück, zurück, zurück. Dennis, wie viel Rüstung hast du? Keine, immer noch. Ja, komm her, komm her. Der hat immer noch Rüstung. Wo ist der, Digga? Ping mal, ping mal. Digga, der ist safe, überweicht sich. Wo ist denn der? Ja, ping doch mal, hä? Ach, scheiße, doch nicht. Da hinten irgendwo. Muss mich hin, muss mich hin. Ach, scheiße. Ich weiß nicht wieder, wo ich gesehen habe. Wie ist der hier so hinten? Ja, der ist bei mir close bei mir. Er läuft in meine Mine rein vielleicht. Ja, der ist in meine Mine reingelaufen. Der ist gar nicht in deine Mine. Doch, die ist. Einer ist low, du bist gegen den letzten. Der letzte ist am krabbeln. Du bist gegen einen. Ja, guckla. Ja, guckla. Ja, guckla. Ja, Mann, Cephas. Digga, ja, Mann. So geil. Ich glaub, die hat noch eine Drohne, weil der hat Tiring auf mich geschossen. Digga, ich hab den einen nämlich dann noch gedowned. Und der hatte kein Heavy mehr, weil der vorher sein Heavy benutzt, als ich ihn gedowned hatte. Alter, Digga. Ja, dann müsst ihr ihn doch beleidigen, ne? Oh my gosh, Noob, last. Oh my gosh. Yo, Noob, get good up. Yo, I died, eh. GG, guys. GG, bro. 10-0, Alter, was geht das? 10-0? Was? Digga, ein Y, das muss ich, das muss ich zählen. Mach ein Zählen.